Hi, wir sind von EAT Excellence und wir verbinden Landwirte über ein transparentes Informationssystem mit Verbrauchern der Lebensmittelbranche. Das können zum Beispiel Gastronome, Händler oder auch Lebensmittelproduzenten sein. Uns ist dabei wichtig, dass wir den Landwirten von Anfang an die Sache am einfachsten machen, damit sie am Ende die Möglichkeit haben, ihre Produkte ohne großen Aufwand genau zu den richtigen Endverbrauchern zu bringen. Dabei ist immer die Nachhaltigkeit wichtig und vor allem ein qualitativ hochwertiges Produkt. Warum ist uns das wichtig? Weil wir zeigen wollen, wie viel Leistung und Hingabe in einem hochqualitativen Lebensmittel steckt und möchten das dem Endverbraucher aufzeigen. Wie machen wir das? Wir machen das über ein Informationssystem, was die Authentizität des Produktes widerspiegelt. Das heißt, wir bilden die Informationen, um welche Landwirte es handelt, wie viel Hingabe die reinstecken, welche Produkte die produzieren, sammeln wir und bringen es dann zu dem Endverbraucher. Zum Beispiel bei Gastronomen. Wenn Kunden in ein Restaurant zum Beispiel kommen, haben die die Möglichkeit, in Erfahrung zu bringen, was genau auf deren Teller liegt. Sprich, sie können wissen, wie viel Qualität dahinter steht und sind dann am Ende wahrscheinlich auch mehr bereit, die Leistung der Landwirte anzuerkennen.